Yo Leute, willkommen zurück zu V-Area. Wir spielen eine Feenrunde, ein Feen-Deck, nicht nur rot, sondern komplett ein Regenbogendeck, also vier Farben-Deck, aber ich habe es sehr gut für dieses Deck, für die Verhältnisse von diesem Deck, gezogen. Und demnach hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Hm, okay. Okay, Frühlingsmochi und die Schildkröte. Hm, ich ziehe leider gerade etwas zu viel von meinen Ereignissen. Und ich nehme ihm auf jeden Fall erstmal die Mochi ab, damit er zumindest ein Fall-Area weniger hat, was er gleich spielen kann. So, ist natürlich mit Aquatisch von Vorteil, aber sehr schön. Ähm, naja, eigentlich nicht so schön. Das Problem ist nämlich, dass ich noch nicht so viele Feen habe. Normalerweise sage ich immer, vierter Zug sollten drei Feen da sein. Ich müsste jetzt also eine Fee nochmal ziehen. Ähm, hab aber das Problem, dass ich höchstwahrscheinlich dann eine grüne oder gelbe Fee ziehen werde. Ich habe nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Ähm, er möchte da drüber kommen. Aggressiv oder nicht so aggressiv reingehen? Äh. Schwierig. Aggressiv. Und zwar ziemlich aggressiv. Und zwar dumm-aggressiv auch. Ähm. Es war dumm. Der Zug war dumm von mir. Schlicht und einfach. Es war nur dumm. Also den da hinzusetzen war dumm. Ach, war das blöd. Ja. Ist okay. Ist okay. Meldung ist angekommen. Dass das ein dummer Zug war, äh, brauche ich, glaube ich, niemandem erklären, warum das ein blöder Zug war. Hm, okay. Äh. Ah, Gott. Einmal hier hin. Einmal das. Und dann versuchen wir's. Jawoll, hat funktioniert. Ähm. Ähm. Einmal das. Und einmal das. So. Und dann beenden wir den Zug. Die Sache ist die, man ist halt ziemlich luck abhängig. Man muss, äh, eine passende Menge an Feen ziehen, aber man muss halt auch im passenden Moment, äh, den... äh, das Ereignis ziehen. Und, äh, das habe ich jetzt zum Glück gerade gehabt. Also das lag, äh, jetzt, äh, äh, jetzt gerade ein Ereignis zu ziehen, war echt gut. Moment. Hallo. Ich brauche einmal den Effekt. Was ist denn für jede gegnerische Ecke, die im Kampf gestorben ist? Okay. Bis jetzt noch keiner, glaube ich. Der Zauberung von... Ah, okay. Oh, konntest du mir anpassen. So. Ah, okay. Grün ist sowieso eine Farbe, die in diesem Deck auch noch ziemlich wichtig sein wird. Äh, da fliegen wir einmal drüber. Und... Wir greifen ihn wieder direkt an. Dann... Äh, wechselnde Gezeiten ist halt auch nochmal eine Ziehkarte. Kann mir in der einen oder anderen Situation den Arsch retten. Deswegen, äh, warte ich damit immer. Das ganze Deck ist im Übrigen darauf ausgelegt, äh, Kreaturen und, äh, Events zu benutzen, die... Ich wollte kurz sagen, du gehst nicht mit dem, äh, Koloss nach da oben. Ähm... Events und, äh, halt... Kreaturen zu benutzen, die... Okay. Äh, äh, zwei Felder kosten also, ähm, zwei Grünfelder oder zwei Blau oder was weiß ich nicht was. Und... Demnach... Damit komme ich auf fünf... Ja, das sollte klappen, wenn ich jetzt Lack habe. Zieh eine Karte. Jawohl, hab ich. Und... Dann... Wir greifen wirklich an. Ist mir eigentlich relativ egal. So, dann sammeln wir mit dem nämlich erstmal Verehrer. Und... Ja, machen das so. Jetzt können wir nämlich auch langsam Gelb aufbauen. Gelb kann man weiter hinten aufbauen, wenn man das möchte. Bei Gelb kriegt nicht nur Stürmen zwei, so wie alle anderen Feen, sondern Stürmen drei. Das ist also die Besonderheit von, äh, denen. So. Boah, ist in Ordnung. Flammen-Explosion. Ähm... Einmal da hin. Einmal... Da, da, da. Kann mir jetzt gleich 16 Damage drücken, wenn er das möchte. So, wir machen das so. Ich muss gucken, was er gleich, äh, oder was gleich bei ihm Top-Tec liegt. So. Also er drückt mir jetzt 16 Damage. Das ist ganz klar. Ja. Refahren. Ist kein Problem. Äh, Durchschnittspreis bei den Verehrerkosten hier ist im Ü... Sind im Übrigen, ähm, 2,7. Wobei da halt sowas wie, äh, die Extrakosten für die, äh, für den Sondereffekt von Windblitz nicht mitgerechnet werden. Also der zählt als Nullkosten. Ist also ein relativ günst... Äh, vom Verehrer relativ günstiges Deck. Was ich sehr gut finde. Was ich ja immer gut finde. Äh, und... Dementsprechend... Ah, perfekt. Wobei, macht eigentlich keinen großen Unterschied, oder? Ah, Moment. Damit komme ich auch... Kommt er auf 9? Also wir spielen auf jeden Fall erstmal das, weil sonst sogar nehmen wir die nächste Runde auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich einmal gucken, was er spielt. Und... Hallo, ähm, das könnte jetzt echt interessant werden. Ähm... Ich hab da echt Bock drauf. Ich brauch nämlich nur ihn hier. So, dann können wir nämlich einmal... ...das machen. Ähm, dann... ...können wir einmal... ...eine zufällige Karte auf deiner Handkasten ziehen. Shit, 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 weh. Dich da hin, dich da hin. Und dann fügen wir dir drei Schaden zu. So. Oh, erledigt. Äh, da wurde ich fast tactisch. Haha. Sehr schön. Ähm, ich hatte nämlich... Ich hatte es nämlich schon im Kopf drin, aber... ...und hab gedacht, du wolltest doch gerade irgendwas machen. Dir war doch klar, dass du jetzt gewonnen hast. Aber ich wusste nicht mehr, wie. Okay, gut. Leute, hat funktioniert. Äh, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Faeria. Haut rein, bis dann. Und tschau, tschau. Äh, michy. Und drip... ... Vielen Dank.